Hallo und herzlich willkommen zur Online-Vorlesung zur Einführung in die allgemeine Chemie. Wir wollen uns heute mit Atombindungen und chemischen Wechselwirkungen beschäftigen oder eigentlich vielmehr mit der Frage, was hält die Welt im Innersten zusammen. Dazu wollen wir uns drei Stoffe angucken. Wir gucken uns zunächst einmal ganz normales Kochsalz an, das Natriumchlorid. Dann haben wir Chlorgas, mit dem wir uns beschäftigen wollen und schließlich noch elementares Natrium. All diese drei Stoffe haben dieselben Atome als Zusammensetzung. Natriumchlorid ist eben ein Gemisch aus Chlor und Natriumchlorgas ist reines Chlor und Natrium eben reines Natrium. Und diese drei Stoffe repräsentieren die drei Bindungstypen, die wir in unserer Chemie haben. Wir beginnen mit unserem Kochsalz. Und zu dem Kochsalz, da müssen wir eine Regel einführen, die sogenannte Oktettregel. Diese Oktettregel hat Louis Beginn des 20. Jahrhunderts eingeführt. Und diese Oktettregel besagt, dass ein Atom genau dann seinen stabilsten Zustand erreicht, wenn es seine äußere Schale entweder vollständig oder mit acht Elektronen besetzt hat und darüber hinaus dann keine weiteren energiereicheren Elektronen besitzt. Man spricht dann auch von der sogenannten Edelgaskonfiguration, weil dann eben die Atome genau die Anzahl an Elektronen haben, wie eben die besonders stabilen Edelgase. Schauen wir uns das einmal an für das Beispiel Natrium, was ja ein Bestandteil unseres Natriumchlorids ist. Natrium hat auf seiner äußeren Schale genau ein Elektron. Dieses eine Elektron würde Natrium ganz gerne loswerden, weil genau dann hätte er in seiner äußersten Schale, die dann eine Schale darunter liegt, genau eben diese acht Elektronen, beziehungsweise in dem Fall sogar eine vollständig gefüllte Schale, was ihm einen besonders stabilen, energiearmen Zustand verschafft. Also gibt Natrium sein Elektron bereitwillig ab und es entsteht ein Na-Plus-Ion, also ein einfach positiv geladenes Natrium-Ion mit einem freien Elektron, was dabei eben von dem Natrium sich abspaltet. Man kann sich das Ganze auch in Formelschreibweise einmal anschauen. Dort symbolisiert der Punkt neben dem Natrium das eine Valenzelektron, und was sich eben in der äußersten Schale vom Natrium befindet. Dieses Natrium reagiert also zu einem Na-Plus-Ion und gibt dabei ein E-Minus, also ein Elektron ab. Man sagt auch, dass Natrium elektropositiv ist, sprich also es gibt bereitwillig und gerne Elektronen ab und wird dabei dann selber positiv geladen. Schauen wir uns den zweiten Bestandteil von Natriumchlorid an, unser Chlor. Beim Chlor ist es so, es hat auf seiner äußeren Schale sieben Elektronen. Sprich also, um die Oktettregel zu erfüllen, um eine Edelgaskonfiguration zu erreichen, benötigt es noch ein weiteres Elektron. Dieses Elektron, wo auch immer es herkommt, vielleicht kann man sich schon denken, wo es herkommt, kann das Chlor bereitwillig aufnehmen und wird dadurch einfach negativ geladen, weil es jetzt ja ein Elektron mehr hat als normal. Sprich also, es hat jetzt in seiner äußeren Schale acht Elektronen, acht Valenzelektronen und hat damit die Oktettregel erfüllt, hat eine Edelgaskonfiguration und ist energetisch besonders stabil. Auch hier wieder in Formelschreibweise, die Punkte um das Cl deuten wieder die Valenzelektronen an. Es sind sieben Punkte um unser Cl, sprich also sieben Valenzelektronen. Ein E-, ein Elektron wird aufgenommen und wir haben ein Chlor mit acht Valenzelektronen, was dann dementsprechend einfach negativ geladen ist. Solche Teilchen wie das Chlor nennt man elektronegativ. Elektronegative Teilchen nehmen bereitwillig Elektronen auf und werden dabei selber negativ geladen. Was passiert jetzt? Wenn ich jetzt unser elementares Natrium zusammengebe mit elementarem Chlor, dann überträgt das Natrium ein Elektron auf das Chloratom. Dabei entsteht, wie gesagt, das Na-Plus-Ion und das Cl-Ion und diese beiden Bausteine sind dann die Bausteine für unser Natriumchlorid. Schauen wir uns das Ganze einmal näher an. Ich habe jetzt also unsere beiden Ionen und diese beiden Ionen, die binden sich jetzt in einer sogenannten Ionenbindung. Zunächst einmal sind das beides voneinander unabhängige Teilchen. Aber durch die gegensätzliche Ladung ziehen sich die Teilchen an und ordnen sich in einem Netz, in einem Gitter so an, dass immer ein negatives Teilchen neben einem positiven Teilchen ist. Diese Anziehungskraft, die aufgrund dieser unterschiedlichen Ladung herrscht, die bezeichnet man dann als eine Bindung und in diesem Fall eben genauer als eine Ionenbindung. Die Atome ordnen sich dabei in einem ganz regelmäßigen Gitter an, denn wir wissen ja, gleiche Ladung stößt sich gegenseitig ab. Und dieses Gitter ist genau so aufgebaut, dass energetisch quasi immer eine positive Ladung die negative Ladung abschirmt, sodass energetisch genau perfekt eine symmetrische Figur entsteht. Hier bei Natriumchlorid ist es so ein regelmäßiger Würfel. Und dieses Ionengitter, das bestimmt ganz maßgeblich die Eigenschaften von Ionenverbindung. Zunächst einmal, wenn wir uns nochmal hier unseren Würfel anschauen, wir haben eine stabile und symmetrische Form von diesen Ionen. Wenn ich mir so ein Salzkristall angucke, dann hat er eine symmetrische quadratische Form. Es gibt auch noch andere Kristallformen, Kristalltypen, die haben aber immer eine ganz bestimmte charakteristische Form, je nachdem, wie eben die Anordnung der Ionen im Kristallgitter möglichst energiearm ist. Zum anderen sind Ionenverbindungen und Salze eben spröde. Spröde bedeutet, dass sie brüchig sind. Wenn ich jetzt so ein Salzkorn in einen Mörser tue, dann bricht mir das direkt leicht durch und wird viel feiner. Woran liegt das? Hier einmal nochmal kurz im Modell. Die roten Teilchen sollen jetzt die positiven Teilchen sein und die grauen Teilchen sind meine negativen Teilchen. Und hier habe ich jetzt einmal den Querschnitt durch das Kristallgitter. Jetzt übe ich von außen auf dieses Kristallgitter von oben Kraft aus. Dadurch verschiebe ich die Ionen um eins nach unten, jetzt hier einfach im Modell gesprochen. Dadurch passiert folgendes. Ich habe jetzt plötzlich ein negativ geladenes Teilchen neben einem negativ geladenen Teilchen, ein positiv geladenes Teilchen neben einem positiv geladenen Teilchen und wieder ein negativ geladenes Teilchen neben einem negativ geladenen Teilchen. Und wir alle wissen, gleiche Ladungen stoßen sich ab und deswegen zerbricht der Kristall an dieser Stelle. Das erklärt die Sprüdigkeit. Da wir natürlich Ionen dort haben und ich diesen Ionenkristall in Wasser, wenn ich den zum Beispiel in Wasser oder einem sonstigen polaren Lösungsmittel löse, ist das möglich. Dafür sind polare Lösungsmittel ja eben da. Zusätzlich durch die Ionen ist die Schmelze oder aber natürlich auch in Wasser oder einem sonstigen polaren Lösungsmittel gelöst, elektrisch leitend eben durch die Ionen, die sich in der Lösung befinden. Gehen wir weiter zu unserem nächsten Stoff, mit dem wir uns beschäftigen wollen, nämlich mit unserem Chlorgas. Beim Chlorgas gibt es eine sogenannte kovalente Bindung. Was bedeutet das? Ich habe zwei Chloratome mit jeweils sieben Außenelektronen, hier wieder symbolisiert durch die Punkte um das CL-Symbol. Um die Oktettregel zu erfüllen, teilen sich jetzt beide Chloratome ihre Außenelektronen. Sprich also, man sieht hier, wo vorher nur ein Außenelektron war, teilt sich jetzt das Chloratom, das andere Außenelektron mit dem anderen Chloratom. Dadurch haben beide Chloratome scheinbar acht Außenelektronen, wenn man sie jetzt einzeln betrachtet. Durch diese gemeinsame Nutzung der Elektronen bekommen die Atome insgesamt gesehen einen niedrigeren Energiezustand. Das begründet mir, warum eben diese kovalenten Bindungen eingegangen werden. Denn an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, diese Oktettregel von Lewis, die gilt streng genommen nur für die zweite Periode. Ab dahin kann das Ganze deutlich komplizierter werden. Aber über diesen niedrigeren Energiezustand kann ich immer begründen, warum eine kovalente Bindung angenommen wird oder nicht. Was bedeutet das genau mit dem niedrigeren Energiezustand? Dazu müssen wir uns noch einmal Orbitaltheorie anschauen. Ein Atomorbital kombiniert immer zu einem sogenannten Molekülorbital. Das bedeutet, sie nähern sich so lange räumlich an, bis sie schließlich überlappen. Dabei ist es so, dass N Atomorbitale immer zu N möglichen Molekülorbitalen kombinieren. Sprich also, wenn ich jetzt hier zwei Atome habe, zwei Atomorbitale habe, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Einmal können diese zwei Atomorbitale zu diesem Molekülorbital kombinieren, oder aber die beiden Atomorbitale kombinieren zu diesem Molekülorbital. Wie kommt das Ganze zustande? Schauen wir uns das einmal an. Wir müssen uns wieder die Wellenfunktionen angucken für die einzelnen Orbitale. Für Orbital A und für Orbital B jeweils die Wellenfunktionen. Die Molekülorbitale bilden sich dann einmal durch die Addition beider Wellenfunktionen, dann erhalte ich dieses Molekülorbital, oder aber durch die Subtraktion beider Wellenfunktionen, dann erhalte ich dieses Molekülorbital, wo eben ein Knoten in der Mitte ist. Die Molekülorbitale haben jetzt verschiedene Charakter. Das linke Molekülorbital ist das sogenannte Sigma-Molekülorbital. Das ist das bindende Molekülorbital, also das Molekülorbital, was zu einer Bindung führt. Das Sigma-Sternchen-Molekülorbital ist hier unser rechtes Molekülorbital. Das ist das antibindende Molekülorbital. Warum ist das Ganze jetzt wichtig? Wir schauen uns das einmal an, indem wir die Energie betrachten am Beispiel von Wasserstoff. Wasserstoff, wir wissen, hat in seinem 1s-Orbital ein Elektron. Ich habe jetzt hier also zwei Wasserstoffteilchen, bei denen das 1s-Orbital kugelförmig mit einem Elektron besetzt ist. Die Überlappung führt jetzt zu einem möglichen Sigma-Orbital und zu einem möglichen Sigma-Sternchen-Orbital. In diesen möglichen Orbitalen muss ich jetzt die zwei Elektronen, die mir zur Verfügung stehen, einmal aus dem linken Wasserstoff und aus dem rechten Wasserstoff, die muss ich jetzt verteilen. Das Ganze funktioniert wieder nach dem ganz normalen Aufbauprinzip, sprich also, ich besetze zunächst die Energiezustände, die möglichst energiearm sind, also die Orbitale, die die niedrigste Energie haben. In diesem Orbital haben zwei Elektronen Platz. Ich muss zwei Elektronen verteilen, also verteile ich diese Elektronen in meinem bindenden Orbital. Man sieht jetzt hier, ich habe einen energetischen Vorteil, denn energetisch gesehen liegt dieses Orbital unter den einzelnen 1s-Orbitalen. Sprich also, diese Bindung kommt tatsächlich zustande. Ich habe energetisch einen Vorteil daraus, dass sich die beiden Elektronen von den Wasserstoffatomen geteilt werden. Das Ganze noch einmal in Formelschreibweise. Ich habe also meinen Wasserstoff, was sich verbindet mit einem anderen Wasserstoffmolekül. Es teilt sich die beiden Elektronen und hat dadurch einen energetischen Vorteil. Genau deswegen kommt Wasserstoff immer in der Natur als H2 vor. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an für Helium. Bei Helium wissen wir, da ist das 1s-Orbital mit zwei Elektronen gefüllt. Ich habe also wieder mein kugelförmiges 1s-Orbital von zwei Heliumatomen und habe in diesen Orbitalen meine beiden Elektronen. Die Überlappung führt jetzt wieder zu einem möglichen Sigma und einem Sigma-Sternchen, wie eben gerade auch. Und ich muss jetzt diesmal vier Elektronen verteilen. Das Ganze funktioniert wieder nach dem Aufbauprinzip. Zunächst die energieärmsten Orbitale werden besetzt. Das ist hier nur dieses eine mit zwei Elektronen. Da muss ich noch zwei weitere Elektronen besetzen. Und dazu werde ich dann jetzt die energiereicheren Orbitale brauchen. Und ich sehe jetzt an dieser Stelle, Helium hat keinen Vorteil davon, sich die Elektronen in irgendeiner Art und Weise zu teilen. Denn den energetischen Vorteil, den Helium dadurch bekommt, dass hier die Elektronen in dieses energetisch niedrigere Orbital eingebaut werden, der gleicht sich direkt wieder aus, dadurch, dass zwei Elektronen in das energiereichere Orbital eingesetzt werden. Das heißt, ich habe keinen energetischen Vorteil und deswegen kommt es auch zu keiner Bindung von zwei Heliumatomen. Das heißt, in der Natur existiert kein He2. Und so kann ich mir rein mathematisch ausrechnen, ob eine kovalente Bindung zu einem Vorteil führt oder eben nicht. Vereinfacht kann man aber immer, vor allem wie gesagt für die zweite Periode, von der Oktettregel ausgehen. Schauen wir uns das einmal an, denn äquivalent kann ich so auch mathematisch eben andere kovalente Bindungen beschreiben. Wenn ich zum Beispiel statt Chlor einfach mal Fluor nehme, dann kann ich auch zwei Fluoratome miteinander kombinieren. Wir sehen auch hier wieder, ohne das Ganze jetzt über die Orbitale zu beschreiben, die Oktettregel ist jetzt für beide Atome erfüllt. Beide haben, wenn man sich die Atome einzeln anschaut, jetzt acht Valenzelektronen. Die Bindung, die dort zustande kommt, nennt man eine sogenannte Einfachbindung, weil sich quasi zwei Elektronen geteilt werden. Wenn jedes Atom ein Elektron mit dem anderen zur Verfügung stellt, dann spricht man von einer sogenannten Einfachbindung. Schauen wir uns an. Es kann auch sein, dass zwei Sauerstoffatome miteinander kombinieren. Sauerstoff hat insgesamt sechs Valenzelektronen. Sprich also, ihm würden noch zwei Valenzelektronen fehlen, damit die Oktettregel erfüllt ist. Das heißt, Sauerstoff muss nicht nur ein Elektron zur Verfügung stellen zum Teilen, sondern zwei Elektronen. Wenn ich mir das dann anschaue, dann hat jedes Atom für sich gesehen an dieser Stelle vier Elektronen und durch die Bindung noch mal vier, also wieder acht Elektronen als Valenzelektronen. Diese Art der Bindung nennt man dann eine Doppelbindung. Aber es können auch zwei Stickstoffatome miteinander sich verbinden. Zum Beispiel, Stickstoff, dem fehlen drei Elektronen, Valenzelektronen, um eben die Oktettregel zu erfüllen. Sprich also, Stickstoff muss sogar ganze drei Elektronen von seinen Valenzelektronen dem jeweils anderen Atom zur Verfügung stellen. Dann hat es selbst zwei Valenzelektronen und eben die sechs Elektronen, die sich in der Bindung befinden. Diese Art der Bindung nennt man dann eine Dreifachbindung. Außerdem ist es natürlich auch möglich, wir hatten bisher immer betrachtet, dass sich zwei gleichartige Atome miteinander kombinieren, dass auch unterschiedliche Atome miteinander kombinieren. So, hier bilden wir jetzt den wahrscheinlich bekanntesten Stoff auf unserer Erde. Wir kombinieren zwei Wasserstoffatome mit einem Sauerstoffatom zu H2O, zu unserem Wasser. Jetzt sieht man hier schon wieder bei unserem H, das H hat jetzt eine vollständig gefüllte äußere Schale mit zwei Elektronen und unser O hat ein Mat8-Valenz-Außenelektronen, hat die Oktettregel also in diesem Fall erfüllt. Das Ganze funktioniert auch mit Stickstoff. Da brauche ich jetzt drei Wasserstoffatome, die dann eben an den Stickstoff binden und dann eben NH3 bilden. Auch hier für das N die Oktettregel erfüllt und die Hs haben jeweils auch eine volle äußere Schale, sodass die Oktettregel erfüllt wird. Zum Schluss, das Ganze funktioniert auch mit Kohlenstoff. Kohlenstoff hat nur vier Außenelektronen, das heißt, ihm fehlen noch vier, damit seine Oktettregel ebenfalls erfüllt ist. Die Hs binden an den Kohlenstoff und so ist eben für alle die Oktettregel erfüllt. Häufig ist es so, dass diese Punkte natürlich etwas unübersichtlich sind und schwierig zu schreiben und deswegen hat man sich auf Folgendes geeinigt. Man kombiniert immer zwei Punkte zu einem Strich und dieser Strich symbolisiert dann entweder, wenn er sich so wie hier am Atom befindet, Valenzelektronen oder aber wenn der Strich sich zwischen zwei Atomen befindet, dann symbolisiert er eine Bindung. Und ein Strich steht immer für genau zwei Elektronen. Das Ganze kann man sich dann eben auch für eine Doppelbindung anschauen. Bei einer Doppelbindung habe ich dann also zwei Striche übereinander, bei einer Dreifachbindung hätte ich drei Striche übereinander. Häufig lässt man aus Übersichtsgründen auch die Valenzelektronen weg, also könnte auch hier dort bei den Os die Valenzelektronen weglassen. Die werden dann häufig nur hingezeichnet, wenn man wirklich etwas zeigen möchte. Es ist aber natürlich nicht falsch, die Valenzelektronen hinzuzeichnen. Schauen wir uns einmal noch mal genauer unsere kovalenten Bindungen an. Ich habe hier noch mal eine Bindung zwischen zwei Wasserstoffatomen. Dort habe ich zwei gleichartige Atome, das heißt die Verteilung der Elektronen innerhalb dieser Bindung, die wird gleichmäßig sein. Diese Art der Bindung nennt man dann eine unpolare kovalente Bindung. Wenn wir uns jetzt hier einmal diese Bindung anschauen, dort ist ein Wasserstoff an ein Chlor gebunden, dann sieht das Ganze schon anders aus. Dort habe ich verschiedene Atome und die Verteilung der Elektronen ist ungleichmäßig. Und zwar ist es in diesem Fall so, dass das Chlor die Elektronen deutlich mehr zu sich hin zieht, sprich also dem Wasserstoff, die Elektronen entzieht. Die Elektronen sind in der Bindung also deutlich näher am Chlor. Diese Art der Bindung nennt man eine polare kovalente Bindung. Man kennzeichnet das meist auch dadurch, dass ich anstatt des Striches jetzt so ein Dreieck male und die Elektronen immer genau dahin gezogen werden, wo mein Keil oder mein Dreieck eben die breite, große Seite hat. Eine andere Art der Kennzeichnung ist die sogenannte Partialladung, denn dadurch, dass sich die Elektronen ja verschieben, habe ich so eine partielle Ladung, die eben entsteht in meinem Molekül. Die wird gekennzeichnet durch ein Delta. Und dieses Delta kann entweder positiv oder negativ sein, entweder ob eine partielle negative Teilladung oder eine partielle positive Teilladung vorliegt. In diesem Fall, dadurch, dass ja die Elektronen zum Chlor gezogen werden, ist das Chlor partiell negativ geladen und mein Wasserstoff partiell positiv geladen, da ihm die Elektronen entzogen werden. Die Frage ist, wann ist jetzt eine solche Bindung polar? Und dazu hat man sich eine Hilfsgröße geschaffen, die sogenannte Elektronegativität, abgekürzt mit einem großen E und einem großen N. Diese Elektronegativität ist das Maß, wie stark Elektronen zum Kern, also am Atom, gehalten werden und hingezogen werden. Das Ganze ist eine relative und einheitslose Größe. Man hat einfach per Konvention Größen aufgestellt und die Atome miteinander verglichen. Dabei hat Fluor die größte Größe mit 4,0 bekommen und die geringste Größe mit 0,8 hat hier in dieser Tabelle Kalium. Die Elektronegativität nimmt innerhalb der Periode zu und nimmt, wenn ich in den einzelnen Gruppen hinaufgehe, auch dort zu. Wenn die Differenz der Elektronegativitäten zwischen zwei Atomen groß ist, dann habe ich eine polare Bindung. Schaue ich also zum Beispiel einmal die Differenz zwischen Wasserstoff, zwischen meinem Wasserstoff und meinem Flur an, dann hätte ich eine Differenz von 1,9, hätte also eine schon recht polare Bindung. Diese Bindung ist aber zum Beispiel nicht so polar, als hätte ich jetzt ein Fluoratom, was gebunden ist an einem Lithiumatom, wo der Unterschied schon 3 beträgt. Wenn mein Delta En besonders klein ist, dann habe ich eine unpolare Bindung. Zum Beispiel, wenn sich jetzt Kohlenstoff mit Wasserstoff verbindet, dann ist der Unterschied nur 0,4, also nicht besonders groß, dann habe ich also eine eher unpolare Bindung. Klar, wenn sich jetzt ein Wasserstoff mit einem Wasserstoff verbindet, dann ist der Unterschied gleich 0, das ist die kleinste Differenz, die wir erhalten können, dann habe ich erst recht eine unpolare Bindung. Was können wir jetzt mit dieser Polarität anfangen? Wir können noch eine weitere Frage klären, denn wir schauen uns einmal an, im Teilchenmodell ein flüssiger Stoff, dem führen wir Energie zu, und dadurch, dass wir Energie zuführen, wird er gasförmig. Sprich also, zusätzlich zu der kovalenten Bindung, die diese einzelnen Kreise, die wir jetzt hier haben, das sollen die Atome, die Moleküle darstellen, wo eben kovalente Bindungen herrschen, müssen auch zwischen den einzelnen Molekülen dann eben Anziehungskräfte oder Wechselwirkungen herrschen, weil es ist ja Energie nötig, um die Teilchen voneinander zu entfernen und voneinander zu trennen. Woran liegt das? Schauen wir uns noch einmal unser HCl an. Hier nochmal einmal aufgetragen. Ich habe eine kovalente Bindung, also einen Teil, der eher negativ geladen ist, und einen Teil, der eher positiv geladen ist. Ich kann jetzt hier eine solche Grenze einzeichnen, in dem Molekül. Ich kann das Molekül trennen in einen eher negativ geladenen Bereich und in einen eher positiv geladenen Bereich. Wenn ich das kann, dann spricht man von einem sogenannten Dipol. Zweites Beispiel. Ich habe unser Wasser. Mein Wasser ist hier am O partial negativ geladen und hier bei den beiden Wasserstoffatomen partial positiv geladen. Auch hier kann ich wieder eine Trennlinie einzeichnen, habe also einen Bereich, der partial negativ geladen ist und einen Bereich, der partial positiv geladen ist. Also auch wieder einen Dipol. Jetzt kann ich mir anschauen, bei einer Temperatur von minus 90 Grad, da kriege ich meinen Chlorwasserstoff verflüssigt, sprich also, ich muss irgendwie, wenn etwas flüssig wird, dann müssen da Anziehungskräfte zwischen herrschen. Die herrschen folgendermaßen, indem sich die Moleküle so anordnen, dass immer ein negatives Ende zu einem positiven Ende gerichtet ist. Und so bekomme ich eben ein Gitter, was sich anordnet, zwar nicht ganz so stabil wie eine kovalente Bindung, aber es ist trotzdem eine Wechselwirkung und eine Art Anziehungskraft, die eben aufgrund der Ladung, dieser Partialladung herrscht. Man nennt diese Art der Wechselwirkung dann auch eben, weil es handelt sich um Dipole, Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Bei Wasser, das Ganze sogar bei unter 0 Grad, ist Wasser sogar fest, sprich also, dort habe ich wirklich eine starre Struktur. In irgendeiner Art und Weise müssen sich die einzelnen Moleküle anziehen. Und auch da kann ich wieder ein solches Netz ausbauen, aus meinen Dipolen, sodass immer eine negativ geladene Seite einer positiv geladenen Seite zugewandt ist und so wieder Dipol-Dipol-Wechselwirkung herrschen. Diese Dipol-Dipol-Wechselwirkung zählen zu den sogenannten Van der Waals-Kräften. Genauer gesagt sind die Dipol-Dipol-Wechselwirkungen die sogenannten Keesom-Wechselwirkungen. Jetzt schaue ich mir mal ein nächstes Molekül an. Das ist CO2. Bei CO2 ist es mir nicht möglich, die partiale negative Ladung von der partialen positiven Ladung einfach nur durch einen Strich irgendwie zu trennen. Sprich also, die Ladung ist im ganzen Molekül verschwommen. Ich habe also weder irgendwo eine positive Ladung noch eine negative Ladung. Trotzdem existiert bei minus 80 Grad Celsius festes CO2. Es muss also bei dieser Temperatur irgendwie trotzdem eine Anziehung zwischen den einzelnen Teilchen herrschen, damit ich überhaupt festes CO2 bekommen könnte. Ansonsten würde CO2 nur als Gas vorkommen. Was passiert da? Wir schauen uns einmal hier modellhaft unsere CO2-Moleküle an. Die Elektronen sind ja nicht starr in dem Molekül, sondern diese Elektronen bewegen sich. Und so kann es sein, dass einfach durch puren Zufall plötzlich die Elektronen sich mehr hier auf dieser linken Seite befinden, sich also nach links bewegen. Dadurch habe ich kurzzeitig einen Dipol, der eben durch diese asymmetrische Ladungsverteilung entsteht. Ich habe also auf dieser Seite jetzt eine etwas größere negative Ladung als eben auf der anderen Seite, die dann eben dementsprechend etwas positiver geladen ist. Dieser kurzzeitige Dipol, der induziert jetzt andere Dipole bei den Nachbarmolekülen. Auch da verschiebt sich dadurch, wir wissen, positiv zieht negativ an, verschieben sich die Elektronen und es entsteht auch hier eine kurzzeitige negative Ladung beziehungsweise eine kurzzeitige positive Ladung. Und so kann das quasi immer weitergegeben werden, sodass kurzzeitig eben solche Dipole entstehen, aus denen dann wieder induzierte Dipole entstehen. Und dann herrscht es quasi wieder zwischen diesen kurzzeitigen oder induzierten Dipolen herrschen wieder Van der Waals-Kräfte und man nennt diese auch Dispersionskräfte, die wieder dann eine Art dieser Van der Waals-Kräfte sind. Wir haben besonders starke Van der Waals-Kräfte, wenn ich eine große Zahl beweglicher Elektronen habe. Und diese Elektronen müssen auch eine große Oberfläche haben. sodass möglichst viele induzierte Dipole entstehen können. Und das habe ich eigentlich genau dann, wenn ich eine besonders große Teilchenmasse habe. Das würde bedeuten, wenn wir uns jetzt einmal diese Gruppe anschauen, dann hat Telur hier unten die größte Atommasse, müsste also die größte Siedetemperatur haben. Wenn wir uns jetzt hier einmal TeH2 angucken, dann hat es hier auch eine Siedetemperatur von 0 Grad. Selen mit einer geringeren Atommasse müsste jetzt eine geringere Siedetemperatur aufweisen. Tut es auch. Selen hat oder H2SE hat eine geringere Siedetemperatur als H2TE. Darüber unser Schwefel. Auch Schwefel müsste eine geringere von ungefähr minus 60 Grad Celsius aufweisen. Tut es auch tatsächlich in der Natur. Jetzt kommen wir zum Sauerstoff. Sauerstoff mit der geringsten Atommasse müsste auch die niedrigste Siedetemperatur haben. Hier einfach mal eingezeichnet bei minus 70 Grad Celsius. Da sollten jetzt die Alarmglocken klingeln, denn wir alle wissen, H2O hat garantiert nicht die Siedetemperatur von minus 70 Grad Celsius, sondern H2O hat eine Siedetemperatur von 100 Grad Celsius. Warum bricht H2O also aus diesem Muster heraus? Rein von den Van der Waals-Kräften sind zwischen den H2O-Molekülen die geringsten Van der Waals-Kräfte. Warum also hat H2O dann trotzdem die größte Siedetemperatur? Dazu ist eine weitere Anziehungskraft verantwortlich dafür, nämlich die sogenannten Wasserstoffbrücken. Damit eine Wasserstoffbrücke entstehen kann, brauche ich zunächst einmal ein Atom mit einem freien Elektronenpaar, einen sogenannten Protonenakzeptor, wie man ihn vielleicht aus der Säurebaseschemie kennt. Das ist zum Beispiel unser Wasser, denn Wasser hat hier am Sauerstoff sogar zwei freie Elektronenpaare. Aber was auch geht, wäre hier zum Beispiel mein Fluorwasserstoff, denn Fluor hat sogar drei freie Elektronenpaare. Also haben wir hier schon mal unsere Protonenakzeptoren. Die zweite Voraussetzung ist, ich brauche einen Stoff, an den Wasserstoff polar gebunden ist, an entweder Stickstoff, Sauerstoff oder Fluor. Stickstoff, Sauerstoff und Fluor, das sind, wenn man sich die Elektronegativitätswertstabelle anguckt, besonders elektronegative Stoffe, die also die Elektronen besonders stark von dem H zu sich heranziehen. Das ist, indem ich jetzt hier einfach ein zweites Wassermolekül hinzufüge, habe ich genau den Fall, den ich haben möchte. Ich habe einen sogenannten Protondonator, denn ich habe ein H, was eben polar an meinen Sauerstoff gebunden ist. Genauso habe ich das auch hier für meine Flusssäure. Auch hier ist ein H polar gebunden an ein Fluor. Und beide Voraussetzungen sind erfüllt und es bildet sich eine sogenannte Wasserstoffbrücke aus. Diese Wasserstoffbrücke, die herrscht zwischen dem freien Elektronenpaar und eben meinem Wasserstoff. Und man kann sich das Ganze vorstellen quasi als ein gefrorener Teilschritt von einer Protonenübertragung. Sprich also, dieses H wird übertragen von dem einen Wassermolekül auf das andere, aber nicht vollständig, sondern es ist quasi eine eingefrorene Übertragung. Und daher herrschen hier starke Anziehungskräfte. Diese Anziehungskräfte sind wirklich relativ groß, wenn man sie vergleicht mit den Van der Waals-Kräften, aber immer noch deutlich schwächer, als wenn es eine tatsächliche chemische Bindung wäre. Und so können sich dann eben viele Moleküle miteinander vernetzen. Man sieht das hier, dass sich immer mehr Moleküle anschließen könnten, auch hier unten beim Fluorwasserstoff, und können so ganze Netze ausbilden. Und das ist eben dafür verantwortlich, dass zum Beispiel Wasser eben ungewöhnlicherweise eine solch hohe Siedetemperatur hat. Man sieht schon, Wasser hat hier durch seinen Netzcharakter und generell durch die kovalente Bindung hier schon fast die Art, dass es dem Wasserstoff fast vollständig die Elektronen klaut. Es ist also eine sehr polare, eben kovalente Bindung. Und das führt eben dazu, dass ich eigentlich gar nicht sagen kann, ich habe die klassische ionische Bindung und die klassische kovalente Bindung, sondern das Ganze ist eher ein Kontinuum. Die ganzen unterscheidet eigentlich nur einen Unterschied. Eine eher ionische Bindung habe ich genau dann, wenn der Unterschied zwischen meinen Elektronegativitätswerten besonders groß ist. Eine kovalente Bindung habe ich genau dann, wenn der Unterschied zwischen meinen Elektronegativitätswerten besonders klein ist. Schaue ich mir also an, Natriumchlorid hat einen relativ großen Unterschied zwischen den Elektronegativitätswerten, hat also eine fast schon nur ionische Bindung. Dagegen aber verglichen jetzt zum Beispiel Natriumiodid. Der Unterschied zwischen Natriumiodid und Natriumchlorid ist geringer. Sprich also, es ist schon etwas mehr Richtung einer kovalenten Bindung. Natriumiodid ist nicht so ionisch gebunden wie Natriumchlorid. Bei unserem Wasser haben wir schon gesehen, dass unser Sauerstoff stark die Elektronen des Wasserstoffes zu sich hin zieht. Ich habe zwar immer noch eher eine kovalente Bindung, die aber schon leicht Richtung ionischer Bindung hinreicht. Schaue ich mir das Ganze an für HCl. HCl zieht, also Chlor zieht die Elektronen des Wasserstoffes nicht ganz so stark zu sich, wie es zum Beispiel Wasser tut. Daher habe ich jetzt hier eine mehr kovalente Bindung. Das Ganze kann ich weiterführen, indem ich jetzt einen Kohlenstoff mit einem Wasserstoff verbinde oder aber schließlich zwei gleichartige Atome miteinander verbinde. Da ist dann Delta En besonders klein und da habe ich dann tatsächlich eine klassische unpolare kovalente Bindung. Man kann sich also diese chemischen Bindungen nicht als klassisch vorstellen. Ich habe da einen ionischen Charakter, da einen kovalenten Charakter, sondern ich habe meist eher einen ionischen Charakter oder eben eher einen kovalenten Charakter. Und das Ganze kann ich innerhalb eines Kontinuums, geordnet quasi nach dem Unterschied der Elektronegativität, darstellen. Uns fehlt noch ein Stoff, mit dem wir uns beschäftigen wollten, nämlich unser elementares Natrium. Wir schauen uns einmal unser Natrium-Molekül an. Wir wissen, Natrium haben wir gerade schon bei den Salzen gesehen. Das möchte gerne hier dieses äußere Elektron loswerden, damit es hier eine volle Schale mit acht Elektronen hat. Wenn ich jetzt mehrere Natrium-Moleküle habe, dann ist generell gesehen die Elektronegativität von Natrium eben recht gering. Sprich also, die Natrium gibt liebend gerne dieses äußere Elektron ab. Das macht das Natrium-Molekül jetzt auch. Ich habe also wieder ein Na-Plus-Ion und habe ein freies Elektron, was entsteht. Dieses Elektron wird aber natürlich, dadurch, dass ich jetzt hier ein positiv geladenes Ion habe, trotzdem weiterhin etwas von diesem Ion angezogen. Also ist nicht vollkommen weg, sondern es herrschen immer noch Anziehungskräfte. Was entsteht daraus? Ich habe jetzt also viele, viele positive sogenannte Atomrümpfe, also viele Na-Plus-Ionen, die sich in einem Gitter genau anordnen. Und zwischen diesen Na-Plus-Ionen befinden sich jetzt Elektronenwolken aus eben frei beweglichen Elektronen. Und das Ganze ist energetisch genau so aufgeteilt, dass wir wieder einen energetischen Vorteil haben. Und diese Art der Metallbindung, also des Metallgitters mit den Elektronenwolken dazwischen, die ist jetzt wieder maßgeblich für unsere Eigenschaften von Metallbindung. Denn diese freien Elektronen, die sind verantwortlich für eben die hohe Leitfähigkeit des elektrischen Stroms. Wenn man sich das jetzt hier im Schaubild anschaut, dann können eben Elektronen vom negativen Pol fließen. Durch das Metall, dadurch, dass ich dort auch frei bewegliche Elektronen habe, können diese Elektronen weiter fließen und wieder zurück zu meinem Pluspol gelangen. Dieselbe Begründung dafür ist, warum eben Metall eine solche große Leitfähigkeit von Wärme hat. Durch die frei beweglichen Elektronen kann ich eben zusätzlich auch noch weitere Eigenschaften erklären. Denn diese Elektronen, die können von Lichtenergie angeregt werden und reflektieren dann das Licht in ganz unterschiedlichen Wellenlängen. Und das führt eben zu diesem klassischen metallischen Glanz. Zusätzlich ist es auch so, dass ich die Atomrümpfe durch Krafteinwirkung zwar verschieben kann, aber die Elektronenwolken sind ja frei beweglich, sortieren sich dann einfach also neu um. Und das führt eben zu dieser plastischen Verformbarkeit, die ich eben klassisch bei den Metallen habe. Es ist also nicht so, wie jetzt zum Beispiel bei den Ionenverbindungen, dass, wenn ich da jetzt Kraft drauf einwirke, dass die mir zerbrechen, sondern Metalle sind plastisch formbar, weil diese Atomrümpfe eben gegeneinander verschoben werden können und sich dann einfach die Elektronenwolken, dadurch, dass sie frei beweglich sind, neu anordnen können und ich kein starres Gitter habe. Auch hier können wir jetzt final dazu kommen, dass wir wieder diese Grenztypen haben. Ich habe Bindungen, die sind eher ionisch, ich habe Bindungen, die sind eher kovalent und ich habe Bindungen, die sind eher metallisch. Aber es gibt nicht das klassische Metall, die klassische kovalente Bindung oder die klassische ionische Bindung, sondern das Ganze ist wieder ein Kontinuum, was jetzt sogar dann mit unseren finalen drei Bindungen in eben alle Richtungen funktioniert. Eine ionische Bindung, zur Wiederholung noch einmal, hat einen großen Unterschied des Elektronegativitätswertes. Eine kovalente Bindung hat dagegen einen kleinen Unterschied des Elektronegativitätswertes, aber zusätzlich ist die Elektronegativität der Atome an sich recht groß. Sprich also, es zieht seine Elektronen stark an sich an und gibt die Elektronen nicht ab. Bei einer metallischen Bindung ist die Elektronegativität ebenfalls, oder die Differenz ebenfalls klein, aber eben auch die Elektronegativität der einzelnen Atome ist besonders klein. Sprich also, die Elektronen werden besonders einfach abgegeben. Und anhand dieser Eigenschaften kann ich jetzt ein Kontinuum aufstellen. Ich kann zum Beispiel zunächst einmal schauen, ich habe jetzt hier unterschiedliche Verbindungen, jeweils Chloridverbindungen, die von links nach rechts immer kovalenter werden. Natrium Chlorid ist am ionischen, dann habe ich Aluminium Chlorid, Silizium Chlorid, Phosphor Chlorid, Schwefel Chlorid, schließlich bis hin zu meiner normalen Chlor-Verbindung, die dann eher kovalent gebunden ist. Auch das ist wieder ein Kontinuum, sprich also Aluminium Chlorid hat größtenteils einen ionischen Charakter, hat aber auch schon kovalente Einflüsse. Das Ganze geht jetzt auch in Richtung Metalle. Ich kann beim Chlor anfangen, was einen kovalenten Charakter hat, gehe dann zum Schwefel, zum Phosphor, zum Silizium, zum Aluminium, zum Magnesium und zum Natrium und werde eben von unten nach oben, nimmt der metallische Charakter immer weiter zu. Das Ganze funktioniert logischerweise auch eben von ionisch zu metallisch. Ich habe hier Natrium Na2S und NaSi, die eben, wenn ich verglichen mit Natrium Chlorid und nur Natrium eben vom ionischen zum metallischen, immer mit einem immer metallischeren Charakter annehmen. Und mit diesen Grenztypen der chemischen Bindung, mit diesem Kontinuum, möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.